Wie kriegt man Pink Panther zum Leuchten? Aufschnell! Super! Hallo und herzlich willkommen YouTube! Und hier ist wieder euer Pink Panther und wir spielen Pink Panther Sagt. Und das ist eine Fun-Runde. Und ich glaube, die sehen da oben irgendwo ein UFO-Flugzeug oder irgend sowas. Aber nein, hier spielt die Musik. Pink Panther Sagt, schaut mich an. Der Töööööön. Hier bin ich. Genau. So. Und hinsetzen. Richtig. Das hast du schön gemacht, Superzong. Vielen Dank dafür, mein Freund. Pink Panther sagt hinsetzen. Pink Panther sagt schaut in die Mitte des Kreises. Pink Panther sagt hinlegen. Kann man einen Schritt vorgehen? Ja, wenn ihr euch nicht hinsetzen könnt, dann, äh, hinlegen könnt, dann. Ja, ja, ja. Richtig. Ja, ja, ja. Prima. Jutti. Dann hinsetzen und nach oben schauen. Hallo. Hinsetzen und nach oben schauen. Was ist denn los? Hier hört keiner mehr auf mich, oder was? Muss ich alle schießen, oder wie? Wird's bald? Okay. Pink Panther sagt aufstehen. Maniac, zähl mal bis drei. Ab brauchst du nicht. Ich hab für dich schon erledigt. So schön. Pink Panther sagt, sucht euch einen Partner. Wolltest du dich gerade beschweren? Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Hinter dir. Hier, hier. Hier, oben. Wo denn? Mr. Bobble, Fabi, Fabi. Ich will auch... Muffin. Habt ihr den jetzt? Okay. Habt ihr? Ja. Perfekt. Hatte einer keinen Partner? Wie habt alle einen Partner gefunden? Ja, da ist ja zwei Leute umgebracht. Ja gut. Okay. Na gut, dann kommt mal mit, dann stellt euch mal bitte hier oben an die Mauer. Da hinten bitte. Äh? Das wird ne lange Runde. Nö, das wird keine lange Runde. Pink Panther sagt, schieß! Na, komm! Du hast grad gesagt, es gibt ne lange Runde. Seh ich anders. Juti, dann aber mitkommen. Mitkommen. Auf, auf, komm! Ja, genau, mein Freund Outlaw. Ich hab's gesehen. Pink Panther sagt, sucht euch einen Partner. Ich, 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 hier, hier, hier. Pink Panther sagt, mitkommen! Was? Mitkommen! Pink Panther sagt, mitkommen! So, Pink Panther sagt, der Letzte, der im Brunnen ist, ist tot! Im Brunnen? Darus, ja, im Brunnen. Oh. Juti! Eins, zwei, drei, vier Leute stehen, einer sitzt. Das find ich uncool. Ja, doch! Hinsetzen! Geht das nicht? Kann man sich im Brunnen nicht hinsetzen, oder was? Meine Hemus tun weh. Soll man ein Stück rutschen, damit's geht, oder was? Ja, rutsch mal ein Stückchen, dass es geht. Pink Panther sagt, hinsetzen. Sehr schön. Juti! Pink Panther sagt, mitkommen. Ich bin Richtung Villa unterwegs, im Übrigen. Und im Übrigen sagt Pink Panther, ihr müsst die Treppe hochgehen, die lange auf der linken Seite. Und der Letzte, der oben ist, der ist tot! Ich wohne. Wo bleiben sie denn? Ach doch, da kommen sie. Oh, es ist ganz klar zu sehen, wer hier zuletzt hochkommt. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. War nicht zu sehen. Die anderen haben's verdeckt. Na gut, dann machen wir das anders. Der Letzte, der hier durch die Tür ist, ist tot. Du hast nicht gesagt, Pink Panther. Du hast es erfasst. Alles in Tod. Aber der Arunius war schon durch. Ja, aber die sind ja alle losgelaufen. Also auch ich gewonnen. Ich bin stehen geblieben. Ja, mag ja sein. Boah. Gnadenlos. Wolltest du wirklich, äh, tatsächlich, äh, meine Regeln erklären? Ja. Nein. Ich hab doch noch was im Fatto für dich. Juti, Pink Panther sagt, folgt mir. Pink Panther sagt, stellt euch da an die Wand. Mit dem Rücken zur Wand, Schulter an Schulter, Gesicht nach vorne. Juti. Pink Panther sagt, der Letzte, der ein, der kein Huhn, Huhn tötet, stirbt. Hört ihr die Höhle? Eins? Meins. Ach. Hätt ich auch nicht Panther gesagt. Doch, hab ich gesagt. Komm zu mir. Derjenige, der kein Huhn getötet hat, man soll zu mir kommen. Pink Panther sagt, komm zu mir. Das war Zyko. Der hat... Ich hab eins getötet. Nein, da hat er erschossen. Er hat gemess... Eins gemessert. Einer hat... Also der Destroyer hat eins gemessert. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Vor Zyko schießen konnte, hat einer schon seinen Huhn weggeschossen. Die streiten sich tatsächlich. Ich hab... Ich hab... Ihr streitet euch. Aufschluss hat er nur wirklich keinen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Noooon. Hahaha. Alter. Wüsste, wer gewonnen hat? Wüsste, wer gewonnen hat? Das Hühnchen. Ich natürlich. Auf dem Boden guck. Richtig, das Hühnchen hat gewonnen. Judi, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sagen tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. So nennt man das. Pink Panther macht kurzen Prozess.